und heute da haben wir mal wieder was aus der server ecke und zwar das thema bcache fs das ist ein dateisystem für linux genauso wie ext 4.1 für linux ist oder ntfs für windows und das kommt jetzt langsam noch mal in schwung einfach weil es jetzt demnächst stabil werden soll oder zumindest mal in der breiten masse verfügbar werden soll gehen wir mal kurz durch was ist denn da so besonders und warum ist das so interessant dateisysteme die sind ja erstmal nur dafür da zu sagen wie dateien auf einem datenträger gespeichert werden soll also wie holt man eine datei und legt es auf eine festplatte ssd speicherkarte irgendwas ähnlichem ab außerdem sorgen sie dafür dass man sortieren benennen kann also verzeichnisse ordner dateien haben solche sachen intern nutzen alle eigentlich blöcke das heißt wenn man eine datei holt dann wird die in blöcke aufgeteilt zerschnitten die werden dann geschrieben und dann gibt es irgendwo ein inhaltsverzeichnis wo notiert wird was denn wohl liegt und wie sortiert sein soll die blöcke die legt man eigentlich gerne hintereinander hauptsächlich aus alten zeiten weil bei mechanischen platten naja wenn man eine datei lesen will man meistens die komplett lesen wenn es hintereinander liegt kann man das am stück machen wenn es nicht muss man ja die ganze zeit hin und her fahren mit dem lesekopf und das wird dann performance kosten die technik von so dateisystemen die ist teilweise doch ziemlich verschieden sonst gäbe es ja nicht mehrere teilweise sind die strukturen unterschiedlich angeordnet dieses inhaltsverzeichnis kann zum beispiel komplett flach sein es kann in bäumen sortiert sein die dateigrößen die maximal möglich sind unterscheiden sich es unterscheidet sich wie groß die festplatte maximal sein darf oder der datenträger die anzahl der dateien auf dem dateisystem die kann auch limitiert sein und ja so gibt es halt jede menge spezialfälle ein spezialfall hier von diesem bcache fs das ist ein sogenanntes copy on write datei system das heißt wenn wir eine datei ändern dann wird die nicht überschrieben sondern da wo sich was geändert wird der blog wird geholt mit den änderungen eine neue stelle geschrieben und erst wenn das fertig geschrieben ist dann wird das inhaltsverzeichnis aktualisiert großer vorteil wenn irgendwie der strom ausfällt oder system abstürzt oder so dann sind auf jeden fall noch daten da entweder die alten weil er noch nicht fertig war mit dem schreiben oder die neuen weil er halt fertig war und das inhaltsverzeichnis schon aktualisiert hat auch macht es so ein copy and write relativ einfach so genannte snapshots zu implementieren das heißt wir können dann zum beispiel sagen okay merkt ihr mal das jetzige inhaltsverzeichnis und ja dann hat man im prinzip sein aktuelles system wo man arbeitet kann aber jederzeit sagen gibt mal das von dem alten inhaltsverzeichnis das heißt man kann die dateien auf einen älteren stand zurückbringen wenn man es nicht mehr braucht kann man das alte inhaltsverzeichnis löschen das dateisystem erkennt dann okay diese alten blöcke werden nicht mehr benutzt und überschreibt sie dann später hat man also wieder den speicher frei nachteil dabei wenn wir den blog an eine neue stelle schreiben dann sind sie eben nicht mehr hintereinander das heißt bei spinning rust bei klassischen festplatten kann das performance kosten bei ssds ist es eher unkritisch einige dateisysteme die gehen dann noch weiter implementieren viel mehr layer zum beispiel raid also das verteilen von dateien über mehrere datenträger zum beispiel um sich gegen ausfälle zu schützen oder um die geschwindigkeit zu erhöhen auch recht verbreitet sind lvm also sogenannte soft volumes ähnliche sachen das heißt also das aufteilen von einem dateisystem in mehrere virtuelle bereiche quasi wie partition im dateisystem das ganze verstößt war so ein bisschen gegen die klassische unix philosophie da heißt nämlich schreibe computerprogramme so dass sie nur eine aufgabe erledigen aber die dafür gut machen ja das haben wir hier nicht wenn wir alles in eins packen hat aber auch vorteile zum beispiel bei raid gehen wir mal von raid 1 aus das heißt wir haben zwei festplatten und unsere daten schreiben wir immer auf beide geht eine kaputt dann ist das erst mal kein problem weil auf der zweiten platte sind ja alle daten noch voll funktionsfähig da wir haben dann aber ja keinen schutz mehr das heißt wir möchten in dem fall die kaputte festplatte aus dem system ausbauen eine neue reinbauen und dann unseren schutz wieder aufbauen und hier kommt jetzt einer der vorteile denn ein klassisches raid system was keinerlei intelligenz hat geht jetzt hin und kopiert die bestehende platte auf die neue platte das ist vollständig das ist auch gut aber es hat ein risiko denn naja wenn die eine platte schon ausgefallen ist ist die wahrscheinlichkeit groß dass die andere eventuell auch rausfallen konnte weil die ist aus demselben system meistens ist ungefähr gleich alt und jetzt gehen wir plötzlich hin und lesen die komplette platte am stück haben eventuell noch system io dazwischen das heißt eine enorme belast auf dieser einen platte die noch übrig ist wenn die kaputt geht während wir noch nicht alles kopiert haben ja dann sind unsere daten weg wenn jetzt aber die raid funktion im dateisystem integriert ist dann kann man da gezielter operieren und kann zum beispiel gezielt nur die stellen kopieren in denen auch wirklich aktuell noch benutzte daten liegen das heißt sowas wie schon gelöschte dateien die bereiche müssen man nicht noch mal kopieren das heißt wir kopieren erst einmal das rüber und haben dadurch deutlich weniger datenmenge im zweifelsfall die wir da kopieren müssen können zeitsparen und damit die zeitspanne in der wir ungeschützt sind verkürzen beim volume management gibt es auch so ein paar sachen die in kombinationen ganz sinnvoll sein können zum beispiel könnte man deduplizierung machen das heißt also wenn man jetzt mehrere installationen von einem betriebssystem auf der festplatte liegen hat das sind alles subvolumes und das ist alles das gleiche betriebssystem naja wieso die ganzen dateien doppelt und dreifach speichern stattdessen können wir dann einfach nur ins inhaltsverzeichnis schreiben der blog bitte wir nutzen aber überall denselben blog das heißt also statt fünfmal 20 megabyte datei hinzulegen legen wir sie nur einmal hin und haben da entsprechend platz gespart so genug übersicht von diesen groben konzepten kommen wir mal zu bcash fs bcash fs das ist von dem aufbau her ähnlich zu btrfs oder zfs hat also sehr viele funktionen mit drin rate ist mit drin subvolumes ist drin verschlüsselung ist drin kompression caching und tiering und was auch mit drin ist ist checksumming über metadaten und daten das heißt also wenn wir daten auf die festplatte legen legen wir auch eine prüfsumme dabei das heißt wir können jederzeit feststellen wenn wir was lesen ist das denn korrekt oder ist da was kaputt gegangen so dass wir wenigstens merken wenn unsere daten nicht mehr in ordnung sind und nicht plötzlich unfug lesen im prinzip alles was man sich so wünschen kann mit einem kleinen stern kommen wir da am ende zu wenn es jetzt so gleich ist wo ist der unterschied naja im gegensatz zu zfs ist der schnell erklärt bcash fs hat eine freie lizenz bei zfs ist das immer so ein problem weil das ist teilweise von oracle und so weiter und ja immer wenn kernel update ist gehen meistens dinge kaputt weil das halt nicht alles integriert ist aufgrund von lizenzschwierigkeiten wie es sich zu btfs schlägt das muss ich noch zeigen von sich selber behauptet bcash fs dass es ein dateisystem ist was die daten nicht frisst und naja sagen wir es mal so btfs hat mir schon so einige ungeplante restore sessions beschert also ist jetzt bei mir nicht unbedingt das stabilste von daher wenn bcash fs das besser macht gerne so warum jetzt hier das video naja bcash fs das soll mit kernel 67 offiziell kommen aktuell ist der noch in beta also der sogenannten mainline aber steht halt vor der tür soll jetzt ende vom jahr anfang nächstes jahr dann auch in der breite verfügbar sein bcash fs selbst das gibt es eigentlich schon so seit 2015 wurde die entwicklung begonnen es gab auch schon ein paar versuche das in den kernel selber rein zu bekommen das dauerte auch etwas länger einerseits weil im rahmen von diesen ganzen features auch viele teile angefasst werden die nicht direkt im dateisystem sind sondern in anderen subsystemen und ja ganz hilfreich ist der hauptentwickler da auch nicht der ist bei diskussionen nicht immer so zurückhaltend und ja das wird dann im zweifelsfall eine längere diskussion naja jetzt ist es offensichtlich drin also schauen wir uns das mal in der praxis an was brauchen wir dazu na offensichtlich brauchen ein linux system und was wir noch brauchen ist ein passender kerne wenn wir jetzt aber hier mal gucken uname das hier ist jetzt kernel 662 der aktuell stabil ist wie gesagt wir brauchen den 67 nach das ist erst in der beta drin also müssen wir jetzt auf den beta branch wechseln wie das funktioniert das ist von distribution nach distribution natürlich unterschiedlich muss man dann im zweifelsfall gucken bei arch Linux gibt es glücklicherweise ein mainline paket in aur das heißt also wir können hingehen uns gerade an aur helper installieren weil ich bin faul ich benutze jetzt hier yay das macht das ganze halt ein bisschen einfacher mit den ganzen voraussetzungen dependencies und so weiter prinzipiell braucht man keinen aur helper man kann auch einfach das per make pkg machen unter arch oder man wartet halt einfach so lange bis das 67 stabil ist wenn das system dann soweit fertig ist dann können wir wie gesagt dieses paket installieren das nennt sich linux minus mainline wichtig dabei naja das ding hier kompiliert einen kompletten kernel das heißt also das kann ein paar minuten dauern insbesondere wenn ihr eine etwas schwächere kiste habt prinzipiell gilt hier mehr kerne mehr gut und das ist gerade auch ein guter hinweis ich breche das nämlich gerade nochmal ab eventuell vorher gerade hier die cpu kerne einsteck stellen ich glaube das ist nämlich immer noch nicht standardmäßig drin dass er alle kerne benutzt deswegen sicher ist sicher und dann lassen wir den einfach mal eine runde laufen hier wie gesagt ist ein kompletter kernel also paar megabyte runter zu laden ein bisschen was zu kompilieren wird schon so halben tag später ist dann auch endlich mal fertig mit kompilieren der kernel in der vm macht keinen spaß insbesondere bei einer alten cpu und ich habe natürlich auch direkt vergessen den bootloader zu aktualisieren dann versuchen wir das noch mal auf die schnelle das sieht besser aus linux mainline und wenn wir jetzt gucken 6 7 wunderschön das heißt jetzt müssten wir auf jeden fall in der lage sein bcache zu nutzen fast denn wir brauchen natürlich noch ein system programm nämlich die bcache fs tools das ist also der user space part wo dann die sachen dabei sind um dinge zu formatieren so dinge zu verwalten und der ganze kram wie wir sehen ich ne ist nicht groß irgendwie so fünf megabyte oder sowas dann haben wir es gut dann würde ich sagen wir fangen mal an und gucken wie man denn bcache fs tatsächlich in der realität nutzt die einfachste methode ist wir sagen bcache fs format und dann ein gerät wo wir das ganze drauf werfen wollen zum beispiel der sda äh ja da ist ein alter kram dran ja wollen wir trotzdem jetzt sehen wir hier ein paar ausgaben unter anderem die info dass es eine 20 gigabyte größe hat und eine id das ist die uu id die gibt es natürlich auch so das ganze können wir jetzt überraschenderweise mounten also mount wir können noch angeben minus b bcache fs ist nicht zwingend normalerweise soll es auch automatisch erkannt werden wohin es gemountet werden soll und wie wir jetzt sehen das ding ist gemountet überraschung wir haben ein lost and found wie wir es auch zum beispiel von ext kennen wenn wir drauf gucken wir haben jetzt hier 19 gig 18 gig also die üblichen rundungsfehler ansonsten nicht viel zu sagen es ist halt ein dateisystem und jetzt können wir hier speichern und mit arbeiten wie wir wollen aber wie gesagt das ding hier hat halt ein paar mehr sachen die wir so nutzen können und das erste wäre verschlüsselung wir hatten jetzt ja einfach nur angelegt wenn wir verschlüssel wollen geht das relativ einfach wir holen uns noch mal den format befehl und sagen einfach noch dazu encrypt so wir wollen das ding verschlüssel wie geht das naja jetzt fragt er hier nach einem passwort gehe heim natürlich wie immer auch hier kriegen wir die übliche ausgabe und jetzt können das ding ja mounten das heißt wir sagen hier mount und was passiert enter passphrase geheim und das ding ist gemountet es gibt noch einen anderen befehl wenn man es nicht mountain möchte nämlich gibt es noch bcache fs unlock und dann der gerätename damit kann man das ding vorab schon mal aufschließen das kann manchmal auch hilfreich sein wenn der mount nicht neu genug ist um direkt zu fragen ok jetzt jetzt haben wir hier wieder unseren storage haben wieder unsere sachen die wir beschreiben können haben wieder unsere 19gig alles beim alten nur auf dem datenträger selber sind die daten jetzt verschlüsselt und ohne passwort sollte man da nicht mehr rankommen gut weiter was gibt es denn noch naja wie wärs denn mit kompression für kompression machen wir nicht encrypt sondern überraschung was könnten wir benutzen kompression und hier können wir jetzt noch angeben was wir für eine kompression wollen aktuell werden drei arten unterstützt es gibt gzip das ist so der klassiker mittelding von allem so kann man benutzen aber halt schon etwas in die jahre gekommen dann gibt es lz4 das ist eine ganz praktische sache das ist so kompression ohne wirklich was zu tun hauptaugenmerk von lz4 ist dabei nämlich geschwindigkeit das heißt das was bei lz4 an kompressionen durchgeht ist eigentlich fast immer mindestens genauso schnell als ob man direkt drauf schreibt eventuell sogar ein bisschen schneller wenn man halt gerade gut komprimieren kann und weniger wegschreiben muss im gegenzug komprimiert es halt auch nicht so gut aber zumindest mal so große sachen wie was weiß ich jede menge nullen in einem image oder sowas die kann man relativ gut damit weg komprimieren da hilft das dann auf jeden fall ist also etwas was ich fast immer empfehlen würde einzuschalten das zu benutzen und wie gesagt es gibt noch einen 3 dritten das ist z std z standard das ist ein relativ moderner verschlüsselungsalgorithmus der kann halt alles wenn man den hier so benutzt ist es ein guter mittelweg das komprimiert gutes belastet die cpu nicht so arg meistens ist das eine ganz gute sache wer es aber genauer haben möchte der kann dann auch mit doppelpunkt 15 zum beispiel eine stärkere kompression einstellen doppelpunkt 1 eine schwächere halt die üblichen level dies so gibt wenn man das macht bleibt auch hier alles beim alten wir können das ding hier machen formatieren danach mountain und überraschung jetzt haben wir hier unsere daten jetzt können wir das einfach mal testen 100 megabyte an daten wenn wir jetzt hier drauf gucken sehen wir 105 megabyte benutzt und wenn wir jetzt dasselbe machen zum beispiel mit dev0 was ja nur nullen sind die sollten sich eigentlich recht gut komprimieren lassen dann sehen wir hier wir haben immer noch 100 megabyte benutzt ok vielleicht wird es nicht richtig angezeigt was wir machen können ist noch big cache fs fs usage und jetzt sehen wir hier was wir alles haben wir haben ein btree auf sda wir haben user das sind die eigentlichen daten ne so auf den ersten blick sehe ich jetzt nicht ob er da tatsächlich was komprimiert hat ist auch egal wahrscheinlich komprimierter ich habe zumindest mal cpu usage gesehen hier gibt es aber noch etwas was sehr nützlich sein kann und zwar dadurch dass wir hier mit bäumen arbeiten und so weiter ist das auch extrem flexibel was die settings angeht es gibt nämlich den befehl damit kann man sachen einstellen nämlich bc fs bc fs set a t t r für set attribute und da können wir attribute setzen und zwar können wir zum beispiel sagen okay ich möchte jetzt die kompression auf xyz stellen das heißt wenn wir jetzt hier zum beispiel einen ordner haben mit was weiß ich bitte nicht komprimieren dann können wir jetzt hier sagen set attribute compression gleich non auf bitte nicht und jetzt würde halt dieser ordner hier dieser bitte nicht nicht mehr komprimiert werden auch wenn der rest vom dateisystem komprimiert wird wie wir eben schon bei dem set attribute gemerkt haben gibt es da auch deutlich mehr sachen die man noch einstellen kann man kann targets einstellen man kann das copy on write ausschalten oder auch zum beispiel replicas verwalten bei vielen sachen kommen wir dann gleich noch dazu oder warum gleich machen es doch direkt jetzt denn wir hatten jetzt ja kompression wir hatten verschlüsselung aber was noch nicht hatten ist wie sieht es denn aus mit mehreren geräten naja die die einfachste form ist wenn wir das ganze wieder formatieren oder das mal compression machen wir weg im übrigen kompression denn köpchen so kann man natürlich beliebig kombinieren was wir machen können ist einfach hier zum beispiel devsda devsdb so jetzt formatieren wir das dauert einen kleinen moment können das ganze mountain und wir sehen jetzt hier invalid argument okay naja wir haben mehrere geräte die müssen wir weiter angeben und zwar wagen jetzt nicht mehr hier so mount bcf s devsda zu mnt sondern sda und sdb wir sehen das funktioniert schon deutlich besser wenn wir jetzt uns das angucken in mnt dann haben wir überraschenderweise jetzt 40 gigabyte die beiden festplatten oder ssds sind jeweils 20 gigabyte hier groß und man sagt uns dass wenn wir jetzt 40 haben das hier das ist quasi ein rate null das heißt also wenn wir jetzt daten drauf schreiben oder lesen dann werden die daten auf beide geräte verteilt hat den vorteil wenn wir beide verteilen können wir auch auf beide gleichzeitig schreiben vereinfacht gesagt doppelte schreibgeschwindigkeit und gegebenenfalls auch lese geschwindigkeit nachteil an der sache naja bei einem rate null oder solchem striping hier wenn eine der festplatten kaputt geht ja ist halt die hälfte der daten weg und auch mittendrin das heißt also im prinzip sind alle daten nicht mehr nutzbar wenn wir das verhindern wollen dann können wir das ganze aber auch machen und zwar machen wir denselben befehl aber mit der zusätzlichen angabe halt stopp den format befehl mit der zusätzlichen angabe replicas ist zwei damit sagen wir dem dateisystem naja immer wenn ich was schreibe möchte ich mindestens zwei kopien oder die kopie auf zwei datenträgern haben das können wir jetzt genauso machen können das genauso mountain und wenn wir jetzt hier nachgucken dann zeigt er uns jetzt auch erstmal hier an okay wir haben unsere 40 gigabyte verfügbar das ist leider ein bisschen irreführend einfach weil die daten halt wenn wir sie schreiben auf beide festplatten gesetzt werden das heißt wenn wir jetzt hier 100 megabyte raus schreiben und hier gucken dann sehen wir jetzt hier aber belegt sind 200 wir haben also doppelt geschrieben quasi wieso zeigte das so komisch an und was hat wieso überhaupt 40 kann er nicht einfach 20 anzeigen weil wir schreiben ja eher das doppelt naja theoretisch schon aber erinnert ihr euch an set attribute wir können hier auch sagen okay ich möchte zum beispiel diesen ordner tatsächlich zweimal rausschreiben den ordner möchte ich aber in rate null behalten also dass ich nicht so viel speicherplatz belege und ja so kann man das dann entsprechend der daten die man hat immer passend einstellen kann ganz praktisch sein dass man zum beispiel temporäre dateien im null lässt also ohne replikation und dateien die man behalten will wie die eigenen dokumente die replizieren war das war jetzt ja quasi ein raid 1 also ein mirroring wir haben das auf zwei laufwerken gespeichert was dann auch heißt egal welches kaputt geht wir kommen noch weiter unsere daten weil wir haben ja noch eine kopie es gibt natürlich auch noch etwas anderes und zwar gibt es dann auch bei raid zum beispiel ein sogenanntes raid 10 das können wir auch machen indem wir einfach vier festplatten zum beispiel holen und solange wir es jetzt auf replicas 2 lassen macht er entsprechend zwei kopien mit vier festplatten heißt also über die anderen festplatten würde er dann wieder verteilen das würde im prinzip einem raid 10 entsprechen was wir auch noch machen können das ist den zusatz erasure code das würde im prinzip einem raid 5 entsprechen replicas 2 heißt dass wir im prinzip eine festplatte verlieren können replicas 3 würde in dem fall heißen dass wir zwei festplatten verlieren können das heißt also im prinzip sowas wie raid 6 und auch das können wir genauso mounten natürlich wieder mit der angabe der ganzen laufwerke im realbetrieb würde man hier wahrscheinlich eher mit uu ids oder sowas arbeiten aber im prinzip haben wir jetzt hier unser festplatte die wir entsprechend beschreiben können und unsere daten sind jetzt hier was hatte ich gemacht gute frage ich glaube ich hatte replicas 3 eingestellt das heißt also so quasi raid 6 wobei auch das wir können das halt pro ordner festlegen wenn man so weniger oder mehr haben wollen machen wir das doch eins haben wir noch und zwar steckt schon so ein bisschen namen bcachefs das ding hat nämlich auch sogenannte storage tiering oder caching wie man es auch immer nennen möchte dazu muss man allerdings ein bisschen sehr viel tiefer reingehen und zwar wo macht man das überhaupt naja gucken wir uns mal hier meine konfiguration hier an auf diesem gerät und sagen wir mal wir haben jetzt hier sda sdb sdc und sdd jeweils mit 20 gigabyte das wären vier festplatten sde ignorieren wir mal das ist das wovon ich gute aber unten sehen wir noch zwei nvmi 0 und nvmi 1 also zwei nvmi festplatten und im prinzip ist das ein aufbau den man häufig findet man hat eine nvmi für system oder daten wo man halt schnell dran muss und man hat festplatten irgendwie für einen datengraben nenne ich es mal mit daten wo man selten dran muss was bcachefs jetzt aber machen kann das ist tatsächlich alle gleichzeitig zu benutzen und dann intelligent die daten zu verteilen das heißt also zum beispiel so was wie daten die ich gerade öfter im zugriff habe die werden automatisch auf die nvmi gespeichert daten die ich allerdings auf dauer speichern möchte die werden eher richtung festplatte bewegt sodass die nvmi halt frei ist zum beispiel wenn gerade frische schreibvorgänge reinkommen die wir halt schnell wegschreiben wollen und eine festplatte ein bisschen langsamer wäre um das zu machen brauchen auch wieder unseren format befehl der wird jetzt aber ein bisschen länger und zwar sagen wir bcachefs format dann müssen wir ein label angeben label ist quasi ein name für die festplatte da kann man jetzt einfach namen reinschreiben wir können sie aber auch kategorisieren mit punkten wir können hier zum beispiel sagen ssd.ssd1 und das ist jetzt unser gerät nvmi 0 note 1 so das wäre jetzt unsere erste ssd jetzt sagen wir wollen unsere zweite ssd ssd2 nennen wir die dann aber in derselben gruppe ssd überraschung das gibt natürlich nvmi 1 n1 plus dann die ganzen festplatten die nennen wir dann nicht ssd sondern hdd als gruppe und hdd1 zum beispiel so ich mache das mal gerade fertig so alle festplatten und ssds angelegt dann können wir noch sagen ja wie viel kopien wollen wir denn haben sagen wir machen replicas 2 und jetzt wird es interessant denn aktuell was würde er denn machen naja er wüsste jetzt okay ich habe meine sechs geräte und er würde jetzt die daten auf die sechs geräte verteilen entsprechend so dass immer zwei kopien da sind aber im prinzip wird es einfach nur verteilt in dem fall hier ein bisschen anders als bei einem raid weil die festplatten unterschiedlich groß sind aber auch da macht bcachefs das alles automatisch im hintergrund er würde jetzt zum beispiel auf die größeren festplatten dann größere datenblöcke machen als auf die nvmis und entsprechend dann so dass ein bisschen ausgleichen also unterschiedlich große festplatten sind prinzipiell erstmal möglich wir wollen jetzt aber da ein bisschen intelligenter machen dazu gehen wir hin und machen sogenannte targets das erste wäre das foreground target das ist wenn wir daten schreiben wo sollen die daten hingehen ich würde mal sagen die wollen wir auf ssd haben also auf alles wo ssd am anfang steht das heißt unsere beiden nvmis einfach weil die relativ flott die daten wegschreiben können dann sind sie erstmal gespeichert und dann kann die software schon mal weitermachen das nächste ist background target das heißt wenn wir die daten jetzt nicht mehr so direkt brauchen wo sollen die hin auf die festplatte sollen die und last but not least gibt es dann noch das promote target promote target heißt wenn die datei häufig gelesen wird oder gelesen wird was soll mit der passieren naja wir wollen sie auf die ssd schieben weil eventuell brauchen wir die ja noch mal wird ja anscheinend aktuell mit gearbeitet es gäbe auch noch metadata target für die ganzen metadaten standardmäßig ist das dasselbe ich glaube wie foreground wird also auf der ssd landen passt für uns das hier wäre also jetzt so ein klassischer cache wir schreiben erst alles auf die ssds redundant bereits und wenn wir dann irgendwie zeit haben oder den die ssd platten anders brauchen dann wird auf die festplatte rüber geschoben das ganze können wir dann auch noch mit encryption natürlich kombinieren wir können es mit kompression komprimieren man kann auch für foreground und background unterschiedliche kompression angeben also eine menge möglichkeiten die man hier hat was man auch noch machen kann was man im hinterkopf behalten kann man kann geräten eine sogenannte durability zusetzen das heißt man kann zum beispiel sagen okay wenn ich auf die sda schreibe dann ist das so viel wert wie zwei kopien das kann zum beispiel sinn machen wenn man da ein hardware rate oder sowas dahinter hat und schon klar ist okay da sind die daten etwas sicherer genauso kann man eine durability von null setzen damit kann man zum beispiel sagen okay ich möchte einen sogenannten right through cache das heißt also wenn ich die daten schreibe dann gehen die auf die ssd aber gleichzeitig auf die festplatte weil ich möchte die sicher auf der festplatte haben den ssds vertraue ich nicht eine menge möglichkeiten lest die anleitung so mal hier den ganzen kram mit glück klappt es ja es sieht schon mal gut aus zumindest keine fehlermeldung und so dass sie dürfte wahrscheinlich ja nicht geben weil er jetzt die nvm is noch braucht machen wir das so und zack schon haben wir das ganze wenn wir jetzt hier gucken wir haben jetzt hier unseren speicher den können wir natürlich ganz normal benutzen wie gesagt die anzeige hier was frei ist ist nicht ganz so in ordnung weil halt durch dass wir repliken benutzen doppelter speicher benutzt wird aber wenn wir jetzt hier zum beispiel gucken und mal 100 megabyte draufschreiben dann können wir jetzt hingehen und nochmal fs usage machen und jetzt sehen wir hier auch schon deutlich mehr informationen wir sehen zum beispiel wenn wir mal auf nur auf die jeweiligen spalten user gucken bei hdd1 user 0 da ist also noch nichts draufgeschrieben hdd2 hat keine daten hdd3 hat keine daten hdd4 hat keine daten und überraschung hier unten unsere ssds die haben jetzt user daten drauf jeweils etwa 100 megabyte das heißt also unsere beiden kopien liegen jetzt auf der ssd weil wir haben ja gesagt hey alles was rein kommt an neuen daten kommt erst mal auf die ssd und nur dann wenn die ssd anderweitig benötigt wird dann beginnt er halt damit das zeug aus den füßen zu schaffen und entsprechend dann auf die festplatten zu verteilen ok soweit so gut ich denke damit haben wir auch schon ein großteil abgehandelt was hier im übrigen noch tatsächlich in der pipeline ist was eventuell noch kommt ist so genanntes auto tiering das heißt also aktuell haben wir ja hier explizit gesagt wir wollen das foreground target auf die ssds wir wollen das background target auf die festplatten bei auto tiering wenn das tatsächlich kommt ist aktuell noch so ein bisschen in auf der to do liste und in planung da wäre es dann so dass automatisch erkennt was ist eine ssd was ist eine festplatte welche geräte sind wie schnell und dann automatisch sortiert sodass man das nicht mehr angeben muss was man auch noch gucken kann es gibt ein sys fs interface da ist der auto ein ganz großes freund großer freund von wir reingucken in diesen ordner sys fsb cache fs dann sehen wir erst mal hier eine zeichenfolge das ist die uuid von unserem dateisystem wenn mehrere hätten wäre natürlich auch mehrere da und hier gibt es verschiedene sachen man kann sich zum beispiel die kompressions statistiken angucken wird jetzt wahrscheinlich nichts groß sein ja hier sehen wir es auch wurde nichts komprimiert weil beim kompression ja aus aber man kann zum beispiel auch in den options jede menge zeug einstellen man kann zum beispiel nachträglich hier die kompression ändern das background target ändern man kann hier irgendwelches checksum algorithmen ändern im prinzip fast alles was man beim formatieren machen kann kann man hier auch nachträglich noch ändern das gilt dann natürlich nur für neue daten die dazu kommen nicht für bestehende aber wenn wir zum beispiel sagen okay wir wollen jetzt z std in die kompression können wir das einfach so reinschreiben und zack schon haben wir das ganze wenn wir jetzt hier mal ein paar daten hinschreiben und uns die compression statistiken angucken hat er tatsächlich nicht komprimiert interessant hat er als incompressible gekennzeichnet ich hätte jetzt eigentlich gedacht dass sich nullen gut komprimieren lassen aber eventuell ist da noch irgendeine logik drin prinzipiell gibt es aber durchaus dinge die komprimiert werden es funktioniert also können wir mal ein paar echte daten hier übernehmen jetzt sehen wir auch hier dass er bereits angefangen hat im hintergrund daten von der ssd schon mal richtung festplatte zu verschieben einfach mit dem hintergedanken ja okay die ssd brauche ich ja vielleicht noch für andere daten einfach um da schon mal was freizuhalten und die kompression sehen wir hier jetzt auch er hat zumindest ein paar kilobyte komprimiert war jetzt wahrscheinlich mehr archive dabei aber sehen auch es geht im hintergrund immer weiter hoch das heißt also er versucht auch immer weiter zu komprimieren schön im hintergrund während er die daten da tatsächlich noch hin und her schaufelt zum beispiel halt auf die hintergrund geräte eins können wir uns noch angucken nämlich die subvolumes bcachefs überraschung subvolume und wenn wir reingucken create delete snapshot können also sagen create und dann machen wir zum beispiel test 1 wenn wir jetzt hier reingehen mnt haben wir plötzlich ein ordner test 1 nicht verwirren lassen von dem test 1 starter das sind ja die die ich eben selber geschrieben habe wenn wir in test 1 jetzt aber reingehen haben wir jetzt hier ein ordner hier können wir jetzt im prinzip machen was wir wollen das hier wäre unser subvolume was dann sich separat verwalten lässt in den meisten fällen macht es nicht ganz so viel unterschied einfach weil wir können ja pro ordner die meisten attribute ohnehin setzen von daher passt das schon wenn wir es nicht mehr wollen subvolume destroy zack jetzt ist es weg und was es dann auch noch gibt wäre nicht ein leeres subvolume sondern ein snapshot wir gucken source destination das heißt wir können jetzt sagen wir wollen snapshot von schräger mnt nach schräger mnt test snap so sie gucken test snap ist jetzt wieder ein unterordner wenn wir da reingehen test snap haben wir die ganzen daten die wir jetzt hier hatten das heißt also im prinzip ist das erstmal genau dasselbe wie unser haupt ordner aber dieser test snap ist eingefroren auf dem aktuellen stand das heißt wenn ich jetzt hier zum beispiel die test 1 data lösche und sagen wir mal die test 2 data überschreibe können wir jetzt hier sehen wir haben jetzt hier nur eine fünf byte datei test 2 data die test 1 data ist weg und in test snap überraschung sind alle daten noch da test 1 und test 2 mit 100 megabyte so kann man sich quasi so in air quotes backups machen kann manchmal helfen wenn man so halt sehr schnell auf einen alten stand wieder zurückkommt oder einfach um das ganze ding zu einem gewissen zeitpunkt einzufrieren und davon ein backup zu machen einfach mit dem hintergedanken okay wir haben jetzt an einer stelle gleichzeitig ein snapshot gemacht das heißt es kann nicht passieren dass wir jetzt unser backup machen das sichert die erste datei und jetzt ist aber irgendwie in der zeit wo die erste gesichert wurde die zweite datei schon geändert worden und die passen jetzt nicht mehr zusammen solche sachen kann man da halt verhindern ja gut prinzipiell es funktioniert ich muss auch sagen ich habe es jetzt mal auf ein paar system hier die pleut mal gucken wie lange das dauert bis dass es mir die ersten mal um die ohren fliegt bis jetzt ist es mir nur einmal passiert und das war eine kaputte ssd von daher das sei ihm gewährt dass er da dann irgendwelchen unfug treibt wie gesagt momentan habe ich halt auch die anderen großen sprich btfs und zfs im einsatz und btfs geht mir immer mal wieder kaputt zfs geht mir zwar relativ selten wirklich kaputt aber da ist halt updaten doch ziemlich schmerz von daher mal gucken wie sich das hier so auf dauer schlagen wird ich werde jetzt nicht meine produktiv daten drauflegen fürs erste aber ja zumindest mal ein bisschen rum hantieren und gerade halt auch dieses caching mit ssds und so das macht halt dann doch spaß wenn man sowas dahinter hat was mir noch so ein bisschen fehlt das ist tatsächlich die duplizierung das heißt also wenn man gleiche daten oder datenbestandteile ablegt dass die immer nur einmal gespeichert werden auf der platte und der rest dann entsprechend nur verweise werden das hilft insbesondere wenn man viel mit irgendwelchen containern oder mit vms arbeitet die halbwegs gleich aufgebaut sind ist schon teilweise ein bisschen was in die richtung implementiert also es gibt schon reflinks wenn das was sagt aber so richtige duplizierung die fehlt aktuell noch und auch so ein paar sachen wie zum beispiel data scrubbing die fehlen noch das ist eventuell auch nicht so schlecht dass man dem dateisystem sagen kann hier ich will zwar jetzt nichts lesen aber gehe einfach mal alle dateien durch vergleich das mit den checksum einfach um zu gucken ist da noch alles in ordnung oder fangen irgendwo an dinge da kaputt zu gehen um da entsprechend ein auge drauf zu halten und rechtzeitig reagieren zu können auch sonst muss ich natürlich jetzt über die zeit erst mal alles mögliche entwickeln sowas wie monitoring ja es gibt das usage hier wo man halt schon mal sachen sieht es gibt da meines wissens auch irgendwo error counter müsste ich jetzt gucken wo die genau hin sind da kann man also auch schon festplatten fehler und probleme mit seiner multi device rausfinden aber es ist alles noch nicht ganz so angenehm zu benutzen wie ein was weiß ich md adm oder ein zfs da ist also noch ein bisschen luft nach oben wenn man umbaut ist auch eine sache die halt fehlten rebalance dass man sagt okay ich möchte jetzt irgendwie hier meine daten über die festplatten neu verteilen weil ich eine zum beispiel jetzt eine größere verbaut habe oder so das einzige was es bisher gibt ist ein data replicate damit kann man wenn in einem raid eine festplatte kaputt gegangen ist und man die ersetzt ihm sagen hier guck mal bitte alles nach und wenn nicht genügend repliken da sind mach mal eine neue also das ist schon drin aber sonst ist noch viel was halt auf der to do liste ist aber wie gesagt ich hoffe es geht jetzt einfach mal schneller vorwärts jetzt wo das ding in die breite getragen wird im kernel drin ist und ich bin auf jeden fall mal gespannt wie sich das schlägt wie gesagt paar testsysteme laufen schon wie es funktioniert wisst ihr jetzt hoffentlich und ja dann drücken wir mal die daumen dass es bei allen leuten das tut was es soll also um wurde und und oder oder Vielen Dank.